Und da es so schön ist, hier sind wir wieder mit unserem Pikes Peak vor dem Audi A8. Wir zoomen ihn mal ran. Ja, das war ein RS4, B5. Dahinter ein S4 Typ 8E. Wir gehen nachher nochmal alle Fahrzeuge durch, die hier bei Martin Gutthorff im Milan Center in... Ach, wie heißt der Ort nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Seelen steht. Werden wir nochmal ausgiebig auf die schönen Audis eingehen. Aber jetzt genießen wir erstmal hier den Sound von dem Pikes Peak. Ja, der A8, wie gesagt, das ist nicht zu verachten. Hier riecht es auch schön nach so, wie aus den 80er Jahren, so nach CO ohne Cut halt. Trotz tollen Filter und was weiß ich, aber man riecht es, weil wir haben sich auch die Fenster offen, weil wir den tollen, sonoren Fünfänder hören wollen. Und jetzt stehen wir hier quasi nicht im Stau, aber wir sind ja hier einige Autos, so bestimmt 40, 50 Stück. Und deswegen melde ich mich später wieder.